Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Tut mir leid. Ist schon in Ordnung. Hattest du das schon öfter? Na ja. Ich hab's noch nicht so besonders oft gemacht. Nur mit dir und mit meiner Mama. Ich dachte, das ist verboten. Ach, na ja. Das war ja auch in Schweden. Wie war deine Mutter? Ich glaub, ist okay. Ich hatte nicht so besonders viele Vergleiche. Ich hab mit ihr zusammengelebt, bis ich zwölf Jahre alt war. Ich dachte, sie ist gestorben, als du neun warst. Ja. Ist sie auch. Seit sie schon gestorben sein, sagt sie ganz bestimmt nicht dein. Und mich zieht schon länger tot. Ich liebe schön, sehr schnell. Dafür ist sie. Auf mein Schicksal. Immer noch schön. Seit sie schon gestorben. Gestorben sein. Ganz bestimmt nicht dein. Nein. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Seit ihr in Ordnung? Ich liebe dich. Es gab es nicht so viele Überraschland. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Untertitelung des ZDF, 2020